Einen wunderschönen guten Tag, mein Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Oktobreff 12, wo wir diese überhaupt nicht auffällige Dame führen werden zu ihrem Gebiet, wo sie Angst hat allein. Vielen Dank, Lyrica. So, wir geleiten sie außerhalb der Stadt. So, öffnen, Heiltraube M. Stimmt, wir haben ja jetzt die wieder drin. Da war was. Sie ist ja nur da zum Erfahrung sammeln, ne? Und jetzt! Stürb bitte. Alter. Danke. Und schon hat uns Chat ein neues Level. Agnea ist leider Gottes wirklich sehr schwach. Wen haben wir eigentlich das Erfahrungsding gegeben nochmal? Ihr? Ja, okay, das ist auch richtig so. Ein Chat ist halt, ne? Jetzt ist Level 22, das ist schon krass. Und passiert ist gleich was? Oh, guck mal, die Alten. Nee, wir sparen das auf. Das ist schon sad, dass unser Healer mehr Schaden macht als, als unsere Agnea. Oh, 9200 Gold. Geil. De, 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 de. Ja. Dass wir so weit sind, wir sind, wir sollten uns zu weit übersehen. Ich sollte sicher sein, wenn wir resten der Weg alleine gehen. Many Dank, Klerik. Du bist ein sehr信心. Ich habe nicht so eine Leidenschaft von mir. Welchen Stab meinst du jetzt? Hmm Und du bist eine schreckliche Leer, Reza. Du bist kein Reiner. Du bist aus der Stadt. Was? Ich habe deine Kresentmüngeklaze gesehen. Die gleiche Kresentmüngeklaze hat den Kopf von fast alle in der Stadt. So, warum hast du diese Geschichte fabrikiert? Was hast du wirklich nach? Ich verstehe, ich kann dich nicht leichter nehmen. Warum hast du mich targett? Wir befinden uns zur Moonshade. Und ich folge einfach unseren König. Was? Tis a fine and upstanding God that orders the assault of an innocent Traveler. The Fell Sun ruins. You wish to keep them hidden at all costs. Yet your dagger quivers in your hand. You don't truly wish to hide them, do you? You clerics can see through anything. This must be a sign. I'll take you to the ruins. Follow me. Nett. Sie ist wohl doch nicht so auf den Kopf gefallen. Hier sind wir. Hier sind wir. So, diese sind die Fabled Fell Sun ruins. Their true name ist die Kall Ruins. Die Kall, Keepers of the Flame, built this place. The Kall. I have betrayed my brethren, but I do not regret it. Meeting you was our Lord's will, Cleric. And now I have been given a chance to a tone. A tone? For what? I am certain you will find what you seek here. Go. Find it. You have my gratitude, Razor. A mural. And quite old at that. Mhm, 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 mhm. This pattern. It's a perfect match for Vados' Tattoo. It must be a mark of the Kall people. The Keepers of the Flame. There were no more Vados. No. A blue flame. Could this possibly be the sacred flame? Surely not. Warum denn nicht? Oh, wir haben ein Reisegespräch. Seit wir dieses Wandbild gesehen haben, will ich ständig was selbst ausmalen, ja? Hihi. Kannst du das denn? Oh, und wie? Pass auf, ich male jetzt mal dich. Na, dann bin ich mal gespannt. So, fertig. Oho, das ist ja, das ist ja durchaus, äh, gut. Ja, man kann es zwar kaum erkennen, aber ein hastiges Gekritzel, ganz wie auf einem Kind. Und doch irgendwie, der Anblick des Wirkelbildes wirkt beruhigend. Vermutlich, man, weil man sieht, dass es sich nach besten Kräften bemüht hatte. Seine Unverfälschtheit und Wärme steht. Ja, einen starken Kontrast zu dem Wandbild. Ob sie mich da mit aufmontern wollte? Und? Gefällt es dir? Ja, wirklich, Hotet. Ich danke dir von ganzem Herzen. Hihi. Hab ich doch gesagt, dass ich das kann? Tschüss. Süß. Süß wär, wenn's jetzt hier einmal der Wand wäre. Wo? Wie war das mit... in Schwarze, 123. Illuminate the Darkness. War gut. So, wir gehen mal hier runter. Mysteriöses Notizbuch gefunden. Er ist ein faithliger Servant und der letzte unserer Brüder. Vados, der Architekt. Ein Mann, der so viel Karnage hat. Es ist vielleicht noch eine Kluge hier. Der Anführer des Mondschattenordens. Ich werde sie dafür richten. Koste es, was es wolle. Egal, was ich dafür werden muss. Selbst wenn es heißt, die Gesetze meines Volkes zu brechen. Das wurde von einem der Kall geschrieben, nicht wahr. Was hat die Mondschattenordner für sie gemacht? Bones, human bones. Broken and disfigured by repeated blows. The darker stains, then, must be blood. What a horrific end. The bones grow in number the further in I go. I must follow their trail. Ja, immer dem Menschenknochen folgen. Ist immer eine gute, gute Entscheidung. Was ist hier links eigentlich? Aha. Elementares Gewand. Das hört sich an wie, als ob du das willst. Nein. Du? Du bestimmt. Ja. Zack. Ich wollte wissen, was da ist, Mann. Stimmt, sie kann ja eigentlich rufen. Äh, äh. Bestes Wissen provozieren. Akta. Wow. Wie unnötig. Bring it on. Joop! Bired up. To work. Mh. Blaze on, will see you play. Ah. Now they're up. Uh, yeah. Ah. 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 Very well. ddddd ach da kommen wir durch okay so mal das macht darf das hat sich vielversprechend an für ihn maybe ja das ist natürlich ganz vergessen dass seine axt und bogen noch hat wegen ich sehe jetzt was transpired hier die Wahrheit liegt in der Flamme okay decades ago the cold people were massacred here Hmm. Ahem. This mural... The bodies of the call are piled here. Did they fall in a desperate attempt to protect it? What significance did it hold for them? There's something written here. Hmm. Hmm. Long ago, on this land, there came an uninvited guest. The Archmage Darkest. He called forth the night. The night brought beasts. Beasts that devoured the people. In our hour of need, only one rose to challenge the Archmage. One by the name of Call. Pure of heart, Call conjured the azure flame and ushered in a new dawn upon the land. The power of night, now it awaits the dark rite that shall awaken it once more. Hmm. Hmm. None must go there. Night must not be allowed to fall again. The azure flame must be protected. We follow in the footsteps of our hero. We are the keepers of the flame. The people of Call. Hmm. Hmm. So they were the protectors of the azure flame ensconced here. They kept it safe from this nebulous night. And this law the writing spoke of. It must forbid performing the right that brings forth the night. But what is this right exactly? Perhaps I can glean more from the note. Sie werden durch meine Hand sterben, was ich dafür auch tun muss. Selbst wenn es heißt, die Gesetze meines Volkes zu brechen, dafür brauche ich das Buch der Nacht. Das Buch der Nacht. Lange habe ich danach gesucht. Wie hätte ich je ahnen können, dass es die ganze Zeit über im Besitz des Ordens der heiligen Flamme war. Am Ende des Buches steht etwas geschrieben. Ergib dich der stillen Dämmerung nicht. Denn das Licht wird schwinden. Die Seiten danach wurden herausgerissen. Das Buch ist nicht mehr vollständig. Ich muss die fehlenden Seiten finden. Genau. Suche auf der Welt mal fehlende Seiten. Endlich weiß ich, wo sie sind. Es hieß, dass insgesamt vier Seiten fehlen. Eine kleine Gruppe von Theologen ließ sie verschwinden. Doch unser treuer Diener Vardos kümmert sich um sie und holt die Seiten zurück. Jetzt warte ich auf den richtigen Zeitpunkt, um den Ritus auszuführen. Meine Erinnerungen ruhen nun auf diesem Ort. Bei meinem Volke. Das heißt, er hatte eine Seite in dem Fall. Das ist wahr. Dann, wer das geschrieben hat, ist hinter dem alles. Sie verwendeten Vardos um diejenigen, die auf die restlichen Seiten halten. Ich komme näher zu der Wahrheit. Ich kann es fühlen. Ich kann es fühlen. Ich bin sicher. 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 Bitte, aufmerksam. Wer ist dieser Herr von Ihren? Und welcher Herr von der Leidenschaft? der Leidenschaft wurde. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Oh, das ist alles. Nur die Lichter werden. Und bald die Nacht werden fallen. Und bald die Nacht werden fallen. Was hast du gesagt? Das ist was wir hatten. Und bald die Nacht werden fallen. Is that from the teachings of the Moonshade Order? Yes, but I was wrong to believe in it. Please, render your divine judgment upon me. You must personally atone for what you have done. My judgment will not absolve you. And soon, night shall fall. The pontiff's parting words were not from the Kald people, but from the Moonshade Order. And what's more, they form one of the verses on the missing pages of the Book of Night. The Moonshade Order's history is deeply intertwined with that tome. Perhaps the pontiff wished to inform me of this very connection. A shadowy figure lurks behind this series of murders. I must find the one who wrote the notes I found earlier. And I believe one, Vados the Architect, will have the answers I seek. Finding those answers will no doubt require an interrogation. War gut, dass wir erstmal hier sind, hä? Stormhale. That is where he remains in custody. At the seat of the sacred guard. I must... I must uncover the truth. Temblos hatte gut daran getan, die Sonnenfallruinen zu untersuchen. Denn dort stieß er auf die Geschichte eines vernichteten Volkes. Ein dunkles Kapitel erzählt von einem alten Wandbild. Nun war der teuflische Plan klar. Doch mit was für ein Iritus würde die Nacht herbeigerufen? Die heilige Flamme griff nach dem Faden, der vor ihr lag und zog daran. Der Kleriker, Temenos, Kapitel 3, Episode, Bruchgrad, Ende. Naja, es war jetzt eigentlich... Oh, nochmal Gespräch. Du siehst nicht aus, wie der gerade einen Fall gelöst hat, Temenos. Eher wie jemand, dem ein Stück Fleisch zwischen den Zähnen klemmt. Genauso fühlt es sich auch an, mein Freund. Und immer, wenn ich es gerade herausbekommen habe, kommt ein neues hinzu. Dann hilft uns nur eins. Kein Fleisch mehr essen. In der Tat. Und ich würde es liebend gerne tun, wenn ich den könnte. Doch mein Mahl hat leider noch einen weiteren Gang, wie es scheint. Dann helfe ich dir gerne. An Gabel werde ich es schon taugen. Als Gabel. Danke, Paticio. Überaus freundlich. Als Gabel werde ich es schon taugen. Das war witzig. Ey, warum sind wir aus der Stadt raus? Habe ich nicht erlaubt. Wir gehen nochmal kurz rein. Und speichern. Stimmt, Ochette. Ochette hätten wir das nächste Mal. Wir haben hier noch was mit Ochette am Hut. Ne? Also, nächstes Mal kommt Ochette dran. Und, ja. Level 29 wird ein bisschen härter, aber wird möglich sein. Wir haben kein Deed mehr dabei. Schrecklich. Hier sind mittlerweile andere Leute, oder? Liegt hier noch eine Truhe? Ja. Warum? Oliwe des Lebens. D, 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 D. Ich kam mir schon wieder rum und will die Leute beklauen. Was heißt beklauen? Und dieses Mal will ich ihn nur mit meiner tollen Art, ne? So, wir speichern jetzt nochmal ab. Gut. Nächste Folge machen wir die Story von Ochette. Und schauen mal, wie es da weitergeht. Bin ich mal gespannt, ob wir hier schon eine dritte Kreatur finden, oder... Ne? Was haben wir eigentlich hier noch an Fähigkeiten? Wurde noch ein bisschen dauern, bevor wir hier was leveln können. Ah, wir haben noch eine Laufbahnfähigkeit für die beiden. Vielleicht sollten wir einfach mal irgendwas vergeben. Wie war das nochmal mit... Laufbahnfähigkeiten lernen. Ne, hier, Laufbahn. Ach, wir haben ja nichts mehr frei. Das ist ja natürlich super. Weißt du, wir könnten nicht mal was anderes machen. Das ist ja klasse. Naja. Nächste Folge machen wir dann weiter. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Und bis zur nächsten Folge. Okay.